Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Deadpool Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie Play Games for You. So. Wir haben hier krasses Platforming zu absolvieren. Scheiße, das war zu weit. Okay, also wir müssen auf jeden Fall in den mittleren Ding dann kommen, oder zum mittleren Teil kommen, damit wir da eine Pause einlegen können. Führt keinen Weg dran vorbei. So, das haben wir. Das haben wir auch. Wo müssen wir hin als nächstes? Darüber, oder was? Okay. Immerhin. Scheiße, uh, knapp. So, und jetzt? Hier rüber, oder was? Oh, shit. Das war blöd. Was war das? Das hat eben nicht geklappt. Und warum sind wir dann wieder rumgeflogen und so? Ich verstehe es einfach nicht. Pstolen sind zuverlässige Waffen. Ja, alles klar. Ich verstehe. Ja, ja. Deadpool. Armer Kerl. Scheiße, Mann. Jetzt waren die zu schnell unterwegs. Blödes Platforming. Weil das Problem ist an der Sache, nach meiner Meinung, so präzise hüpft Deadpool gar nicht. Jetzt lass mal ein Platforming. Warum stirbt man vor allen Dingen an manchen Stellen gleich und an manchen auch nicht? Das kapiert nicht so ganz. Hier zum Beispiel. Da sind wir nicht sofort gestorben. Obwohl wir eigentlich hätten sofort sterben müssen, nach meiner Meinung. Und da sterben wir auch wieder sofort. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Wir machen jetzt nichts mal eine Pause. Einfach in der Mitte und gucken uns dann das Ganze nochmal an. Uah. So. Jetzt haben wir es immerhin da hoch geschafft. Schlaf auf. Ist soweit in Ordnung. Boah, sei zu hoch. Oh, was gibt's denn hier? Warum? Oh nein, was ist jetzt los? Okay. Nichts erhalten. Oh yeah. Wir können weiter teleportieren. Oh shit. Das ist gut. Gucken wir hier irgendwie rüber. Verarscht oder was? Müssen wir jetzt hüpfen? Scheiße. Der ist nicht gehüpft. Bitte lasst gespeichert haben nach der Kiste. Bitte lasst gespeichert haben nach der Kiste. Bitte lasst gespeichert haben nach der Kiste. Danke, dass du nicht gespeichert hast nach der Kiste. Du scheißspiel. Stopp, du spiel. Oh god. Warum platforming? Hier erzähle ich noch einen von Generalisten, der über sämtliche Skills verfügt, die es im Gaming braucht heutzutage. Köln ab. Kamera ist tatsächlich ab und zu mal ein kleines Problem, möchte ich mal anmerken. Das haben wir. Ja, ja, ja. Weg. Das haben wir geschafft. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob es hier oben was gibt. Hier gibt es natürlich nicht. Toll. Toll. Oh yeah. Man muss ja tatsächlich hüpfen, um da hinzukommen. Danke, dass du vorhin nicht gehüpft bist. Das hätte es zu einfach gemacht. So. Weiter. Komm mal durch. Was bist du denn für eine Tante? Kennen wir uns schon? Waren es die eben, die bei dem Psycho-Kerl mit dabei waren? Oder was? Findest du? Kein Problem. Oh yeah, man. Sehr gut. Alles mal wieder einsammeln. Oh, what the fuck. Oh man, oh man. Was müssen wir machen? Hallo? Oh, okay. Gehen wir mal hier runter. Was müssen wir hier jetzt machen? Okay. Man, wissen die schon um unseren Geistestustand. Was müssen wir hier? Ja, da hat er recht. Wie, wie ich. ich will aber da kein doppel jump auswählen, da können wir nicht hoch anscheinend blödes rumgehüpfen ich glaube nicht, dass das noch einer zählen kann da sind noch mehr von den Spackis trecksack cover me, cover me, cover me, cover me, ich habe eh keinen Sinn zum leben oh je ja bitte mal gucken, was können wir denn verbessern eigentlich ist das hier fünfmal ausweichen, das hilft kommen wir hier, nix sieht hier von der Zeit aus, kleid es noch in Ordnung oh, hallo, Momentum ja man, wir sind gar nicht so böse, wie es scheint ach ja komm hoch, man nochmal schön einsammeln, was es einzusammeln gibt schön gut, dass er noch wartet, bis wir nachgeladen haben komm raus ah ja komm raus oh je okay so, was können wir hier, können wir vielleicht doch Waffe einsammeln genau, hier ist Munition, das ist doch lecker im Momentum, schadet keinem oh ja gut ist, dass sie sich auch gegenseitig Schaden zufügen macht sie um einiges erträglicher und was macht ihr denn hier komm 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 hi 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 so, Momentum so muss das vielleicht können wir auch mal ein Schwert nochmal irgendwann im nächst jetzt, hier bleibt besser gerade am überlegen ja find ich auch gut, dass er da keinen Unterschied macht Sache ist jetzt nur gerade die hier importen, da importen da importen da importen da importen da importen WTF WTF und okay Leute komm hier so viel zum Thema Messer mit beim Schwert Kampf äh Quatsch äh Quatsch andersrum Waffe mit bei der Schießerei Hä 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 Quatsch Messer mit bei der Schießerei so rum jetzt kommt die doch noch Okay Okay Hier kriegt ihr da auch nochmal was davon Weiß so gratis ist gerade Zack Hä 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 auf den Kopf zack 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 komm na komm das kriegen wir noch jawoll bitte bitte keine Ursache Was haben wir denn da für ein Zeug lecker wow haha da hat sich jemand nach vorne getraut offensichtlich Du Schwein Gucken wir mal kurz was können wir hier überhaupt noch so generell verbessern mehr Munition das hört schon gut an zack Verbessern im Schnelldurchlauf Wall Jump Territorium Jetzt Ja Ich weiß nicht wer du bist Ja ich weiß nicht wer du bist Now gimme all your lunch money Hehehehe You know we should probably explain to the player how our teleporter works It runs on kitten farts No no really all the nerds out there will wanna know Fine Well the purposes of creating an entertaining mechanic The players can employ to achieve an optimal amount of fun factor We limited our teleporter to a shorter range than usual okay What the fuck Wirds gar nicht mehr so weit teleportieren oder was okay Da ist unser Hund Was machst du denn so runter? Wo du f***st jetzt was? Maybe just maybe you'll kiss her real girl. Was geht hier ab man? Ach da! Im Moment ist sie aber eher mehr gefangen würde ich sagen. Was ist das denn? Kommt sich langsam so ein bisschen vor, als wäre es so eine Art Ladescreen oder so gewesen. Würde ich aber sagen, dann machen wir hier mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage tschau tschau bis zum nächsten Mal.